Musik Hallo, herzlich willkommen zum Bookstudio. Sowohl in der Serie A als auch in der zweiten italienischen Liga gab es ja an diesem Wochenende Spitzenspiele. In der Serie A empfing der Tabellenzweite Rittensport, Tabellenführer HC Bustertal, während in der zweiten Liga Spitzenreiter Gröden Sterzing zu Gast hatte. Wir beginnen aber mit der Serie A und zwar mit dem 82. Südtiroler Dermy zwischen Rittensport und dem HC Bustertal. Die Rittner mit einem neuen Mann hinter der Panne, einem neuen Trainer, Bruno Egerter. Er hat ja Erwin Kostner vor einer Woche ersetzt. Die Rittner und die Busterer beide derzeit in bestechender Verfassung. Für uns war in Klomstein-Kurtwatter. Der Weihnachtsstress ist vorbei. Der neunte Spieltag innerhalb von 19 Tagen wurde mit dem Schlagerspiel zwischen Rittensport und dem HC Bustertal beendet. Zum Abschluss der vierten Runde feierten die Rittner-Purben, bei denen der verletzte Kapitän Ingemar Gruber fehlte, einen 4 zu 30 nach Benalti schießen. Bustertals Trainer Stefan Mayer musste ohne die verletzten Dominikile, Joe Calden und Thomas Erlacher sowie den gesperrten Kapitän Thomas Bichler auskommen. Vor knapp 2000 Zuschauern und einer tollen Stimmung schenkten sich die beiden Mannschaften nichts, lieferten sich backende Zweikämpfe und grenzten mit herrlichen und schnellen Kombinationen. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen früh in Führung. Einen Schuss von Brendan Buckley konnte Torhüter Thomas Comisso vom Pusterer Farmteam SV Calton nur kurz abwehren und Matteo Razom traf mit einem Rückhandschuss zur Rittner 1 zu 0 Führung. Für den 24-Jährigen war es eine Premiere. Schließlich war es für Razom in seinem 26. Spiel der erste Saisontreffer. Ritten blieb am Drücker. Nach einem Schuss von Markus Hafner scheiterte auch Kevin Baker am Gästetorhüter. Wenig später machte es der Kanadier besser und erhöhte auf 2 zu 0. Matt Kelly saß auf der Strafbank, als den Tudin mit einem herrlichen Diagonalpass Kevin Baker in Szene setzte und dieser Thomas Comisso keine Chance liess. In der Wiederholung sieht man, dass Ryan Watson dem Pusterer Torhüter wie Sicht verstellt und das 13. Saisontor von Baker nur mehr Formsache war. Der Rittner Sturmlauf fand danach seine Fortsetzung. Nick de Chene tankte sich auf der linken Seite durch, doch Comisso blieb Sieger. Auch gegen Luca Ansoldi. Nach einem Schuss von Klaus Blohner erhitzten sich erstmals die Gemüter und Armin Helfer und Lorenz D'Agordo gerieten sich in die Haare. Nach einer weiteren Möglichkeit von Dan Tudin, die Comisso zunichte machte, kam der Spitzenreiter zum Anschlusstreffer. Topscorer Rob Sirianni spielte Armin Hofer frei, der mit einem satten Schuss von der blauen Linie Torhüter Frédéric Cloutier das Nachsehen gab. Nach 14 Minuten und 33 Sekunden und dem vierten Saisontor von Armin Hofer war das packende Derby wieder offen. Die letzte Chance vor dem ersten Seitenwechsel fand erneut der Vizemeister vor. Doch Roland Ramoser konnte seinen ehemaligen Mitspieler Thomas Comisso nicht bezwingen, weshalb es nach 20 mitreißenden Minuten 2 zu 1 für Ritten Sport stand. Zu Beginn des Mittelabschnitts kamen die Wölfe zum Ausgleich. Matthias Fauster hütete die Strafbank, als sich Dagard Desmet zuerst mit der Hand in Szene setzte und danach mustergültig für seinen kongenialen Sturmpartner Rob Sirianni auflegte, der aus kurzer Distanz zum 2 zu 2 eindrückte. Für den Italo-Canadier war es das 25. Tor in der laufenden Meisterschaft. Plötzlich waren die Buster halbwach, doch Patrick Borna und Lynn Loins fanden im aufmerksamen Freddy Cloutier ihren Meister. Auf der anderen Seite machte es Luca Ansoldi besser und brachte den Gastgeber mit 3 zu 2 in Führung. Nach Vorarbeit von Emanuel Schelfer machte Ansoldi alles alleine und gab Comisso zum dritten Mal das Nachsehen. Und hier noch einmal die feine Einzelleistung des gebürtigen Meraners, der von niemandem gestört wurde und ungehindert zum 3 zu 2 einschieben konnte. Als Christian Meyer auf der Strafbank saß, lag das 4 zu 2 in der Luft, doch Brendan Buckley und Emanuel Schelfer scheiterten am starken Comisso. Kurz vor der zweiten Drittelsirene kamen die Gäste zum Ausgleich. Sirianni setzte mit einem millimetergenauen Pass Max Oberauch in Szene, der Cloutier mit einer Direktabnahme tunnelte und sich danach für seinen 13. Treffer in dieser Saison feiern ließ. In der zweiten Drittelpause betrat die Stimmungskapelle des Glasbläsers aus den Niederlanden, die am Wochenende auch bei der Eisschnellaufähm ordentlich auf die Bauke haute, die Eissfläche und heizte den Fans ordentlich ein. Zu Beginn des dritten Drittels entwischte Kimmo Picarainen der Busterer Hintermannschaft, schoss nach einem schnellen Konter aber am Tor vorbei. Wenig später konnte sich auf der anderen Seite Frédéric Cloutier nach einer herrlichen Aktion über Sirianni und Desmet gegen Oberauch auszeichnen. Die größte Chance zur Entscheidung fand Sirianni vor, der in Unterzahl allein auf Cloutier zustürmte, diesen aber nicht überwinden konnte. Nach 52 Minuten war das Spiel für Matt Kelly vorzeitig beendet. Nach einem Stockfaul gegen Alex Rottensteiner wurde der kanadische Verteidiger mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt und vorzeitig unter die Dusche geschickt. Der Sportrichter sperrte ihn heute für vier Spieltage. In der fünfminütigen Überzahlsituation hätte Roland Ramoser alles klar machen können, doch Thomas Comisso wuchs mit einem Glanzreflex über sich hinaus. Die letzte Chance in der regulären Spielzeit fand Desmet vor, doch Cloutier rettete sein Team in die Verlängerung, die Arm an Höhepunkten war. Vor dem Penalti-Schiessen flogen noch einmal die Fäuste, nachdem Kevin Baker Joe Jensen mit dem Schläger attackiert hatte. Im Penalti-Schiessen behielten Kimmo Pickereinen und Ryan Watson die Nerven, während Sirianni und Desmet an Cloutier scheiterten. Dank der zwei Punkte und des siebten Sieges in Folge verteidigte Ritten Sport den zweiten Tabellenplatz. Ich glaube, Emotionen, die gehören dazu und ich denke vor allem nach einer Phase, wo die beiden Mannschaften seit zwei oder drei Wochen praktisch jeden zweiten Tag ein Spiel spielen, sind sie auch müde und dann liegen die Nerven manchmal ein bisschen blank. Aber ich denke, am Anfang hat man ein sehr intensives, schnelles und gutes Spiel gesehen. Ab dem zweiten Drittel ist es ein bisschen abgeflacht, weil sehr wahrscheinlich auf beiden Seiten die Beine nicht mehr so mochten wie der Kopf. Leider muss ich sagen, dass heute die Schiedsrichterleistung katastrophal war. Wenn es nicht nach Penalti-Schiessen geht, ist es eine Lotterie. Wir haben nicht verloren wegen der Schiedsrichter, aber ich glaube, die waren heute beide nicht auf der Herde. Ein echt spannendes und mitreißendes Südtiroler Derby ganz nach der Geschmack natürlich der vielen, vielen Zuschauer in Klobenstein. Wie es sonst in der Serie A ausgegangen ist, das fasst wir uns Hannes Größ zusammen. Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Fasser am Donnerstag kehrte der HC Bozen vorgestern in Valpelice auf die Siegerstrasse zurück. Im ausverkauften Cotta-Morandini-Stadion setzten sich die Weissroten mit 6 zu 2 Toren durch. Den Torreigen eröffnete in der vierten Spielminute Michael Buster. Mazzolini spielte den 25-jährigen Italo-Canadier glänzend frei und dieser drückte den Buck über die Linie. Die Hausherren konnten aber bereits nach 11 Minuten und 32 Sekunden ausgleichen. Alex Nikiforuk liess der Bozener Abwehr mit einem schnellen Antritt keine Chance. Im zweiten Drittel sorgte der HC Bozen mit drei Toren in Folge für die Vorentscheidung. Zunächst kam der Buck über Bernhard und Mazzolini zu Stefan Zizi Zisser, der mit einem Rückhandschuss das 2 zu 1 besorgte. In der 28. Minute saß Ryan McDonough auf der Strafbank und Giulio Scandella erhöhte auf 3 zu 1. Nur eine Minute später stand es 4 zu 1 für die Bozener. Diesmal traf der Rekordmeister in Unterzahl, weil Marco Insam in der Kühlbox schmorte. Abermals war es Zisser, der Regen das Nachsehen liess. Im Schlussdrittel keimte bei Valpelice noch einmal Hoffnung auf. In doppelter Überzahl, Fretter und Zisser saßen auf der Strafbank, brachte Ryan McDonough die Hausherrn noch einmal heran. Postwenden machte Bozen aber ernst und den Sack zu. Zunächst traf Fred Gordon zum 5 zu 2. Und nur 53 Sekunden später stellte Colton Fretter auf 6 zu 2. Damit war der Widerstand der Biemontesen gebrochen, Bozen brachte den Sieg in trockene Tücher. Die weiteren Ergebnisse des 36. Spieltags. Ponteba Asiago 1 zu 2, Cortina Allege 3 zu 1. Für Cortina war es ein ganz wichtiger Sieg im direkten Duell mit Allege um einen Playoffplatz. Das vorentscheidende 2 zu 1 erzielte Michele Zanata 7 Sekunden vor der zweiten Drittelsirene. Den 3 zu 1 Endstand fixierte Marek Bosmik in der 59. Spielminute. In der Tabelle führt nach 4 von 5 Runden weiterhin der HC Bustertal souverän mit 72 Punkten, Vorritten mit 64 und Bozen mit 63 Zählern. In der letzten Runde vor den Playoffs bleibt es an der Spitze also spannend. Doch auch das Rennen um die Playoff-Tickets am Tabellenende ist zwischen Ponteba, Fasa, Allege und Cortina offen. Und wir wechseln jetzt in die zweite Liga. Auch hier kam es zu einem Spitzenspiel. Und zwar in Wolkenstein. Da hatte der HC Grün Verfolger Sterzing zu Gast. Fast 1000 Zuschauer wollten sich dieses Spitzenspiel nicht entgehen lassen. Grün im weißen Trikot, die Gäste aus Sterzing ganz im Blau. In den bisherigen drei direkten Duellen setzte sich immer die Heimmannschaft durch. Sterzing siegte zu Hause 4 zu 2 und 3 zu 1. Wäre die Ladiner das erste Spiel in Wolkenstein in der Verlängerung gewonnen. Bei den Hausherren fehlte Benjamin Kostner. Sterzing musste ohne Florian Wieser auskommen. Den Broncos gelang ein Traumstart. Nach nur 5 Minuten gingen sie mit 1 zu 0 in Führung. Julian Mascherin saß auf der Strafbank. Die Scheibe kam zu Lukas Cardoni. Der Torhüter Florian Großgersteiger bezwang. Für den 26-Jährigen war es der erste Treffer in dieser Meisterschaft. Nur 77 Sekunden später verlor Kevin Zenona den Bucan Alex Lanz, der zum 2 zu 0 traf. Mit etwas Glück und mit großzügiger Unterstützung von Großgersteiger, der nach diesem Treffer seinen Platz räumte und ihn für Benjamin Sauer freimachte. Aber auch der neue Torhüter musste sich noch im ersten Drittel geschlagen geben. Die Grüner waren in Unterzahl. Amanda Kölodi saß in der Kühlbox. Das Zusammenspiel zwischen Renan Gelletsch und Michael Hamilton. Das 3 zu 0 war perfekt. Im Mitteldrittel kamen die Hausherren besser ins Spiel und verkürzte in der 29. Minute mit Jamie Schaftner auf 1 zu 3. Mourassa spielte den ehemaligen Potsdamer Stürmer an und dieser ließ erstmals Nationaltorhühner Thomas Dragus das nachsehen. Das Schlusstrittel hatte es dann in sich. Grünen startete wie ein Schnellzug und erzielte nach nur 29 Sekunden das 2 zu 3. Patrick Wallenberg spielte Greg Wortsum frei. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und netzte ein für den ehemaligen Stürmer von Fassern-Pustertal das 22. Saisontor. Nur eine Minute später stellte Sterzinger aber wieder den Zwei-Tore-Vorsprung her. Hamilton gewann das Bulli, der Pass zu Renan Gelletsch, das 4 zu 2 für die Gäste. In der 43. Minute mussten gleich zwei Sterzinger auf die Strafbank und Grönen nutzte die doppelte Überzahl zum Anschlusstreffer zum 3 zu 4. Mourassa machte alles allein, tankte sich durch und ließ Dragus keine Chance. Grün hatte aber immer noch nicht genug und nur 40 Sekunden später klingelte es schon wieder im Kasten der Wiptaler. Das 4 zu 4 erzielte Jamie Schafsma, der schneller war als Bauer und Hackhofer und dabei auch noch das Glück des Tüchtigeren hatte, denn die Scheibe blieb nur Zentimeter hinter der Torlinie liegen, wie man in der Wiederholung erkennen kann. In der 47. Minute ging Grün sogar erstmals in Führung. Wieder war es ein Krafttag von Mourassa, der zum Torerfolg führte. Das fünfte Tor für die Grönner. Die Freude der Hausgang dauerte aber gerade mal 13 Sekunden. Paolo Bustrier ließ die gesamte Abwehr der Gröner stehen und schoss zum 5 zu 5 Unentschieden ein. In diesem Rhythmus ging es weiter. In der achten Minute des Schlusstrittels traf wieder Grün, Wallenberg zu Klaus Ploner, das 6 zu 5. Unglaublich, sieben Tore in acht Minuten, fünf für die Grönner, zwei für Sterzing. Gleich darauf musste Ivan Demets auf die Strafbank. Die Broncos in Überzahl mit der Chance, das Spiel doch noch auszugleichen. Soroskins versucht es von der blauen Linie. Schiedsrichter Benvenius sah einen Pfostenschuss. Die Sterzinger hingegen sind überzeugt, dass der Buck im Tor war. Leider können auch unsere Bilder keine Klarheit schaffen. So blieb es beim 6 zu 5 für die Gastgeber. In der Schlussminote nahm Trainer Hinks seinen Torhüter Dragus für den 6. Feldspieler vom Eis. Der Buck kam aber zu Wallenberg, der den Sack endgültig zumachte. Das 7 zu 5 für den schwedischen Stürmer, der 27. Saisontreffer. Nur Bern und Kempel haben heuer mehr Tore erzielt. Gröden gewinnt dieses unglaubliche Spiel 7 zu 5 und holt sich drei wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Die weiteren Ergebnisse. EV Pozen 84, Eppan 1 zu 7, Meran Mailand 4 zu 2, Neumarkt Turin 7 zu 0. Spielfrei war Kaltern. In der Tabelle bleibt Gröden weiterhin auf dem Platz an der Sonne. Der Spitzenreiter hat 57 Punkte auf dem Konto. Neumarkt mit 52 und Sterzing mit 49 Zählern kämpfen hingegen um den zweiten Rang. In der Eishockey-Meisterschaft geht es ja bereits am Donnerstag wieder weiter. Da kommt es wieder zu einem Südtiroler Derby in der höchstitalienischen Liga. Und zwar erneut in Klumstein. Diesmal ist aber Rekordmeister Pozen bei den Rittnern zu Gast. Wir werden natürlich auch von dieser Begegnung berichten. Brunneck muss in Cortina beim Altmeister antreten. Wir bedanken uns für's Zusehen und wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir bedanken uns für's Zusehen.